Hey Leute, was geht? Trang, mein Name ist wieder hier und jetzt gibt es eine kleine Umfrage bezüglich des Modern Minecraft Projekts und zwar habe ich ja meine ganzen Aufnahmen bis jetzt eigentlich hochgeladen und wir sind jetzt glaube ich in Part 30, 32, 33, ich weiß es ehrlich gesagt nicht 100%ig genau, habe jetzt gerade nicht nachgeguckt, ist aber auch eigentlich relativ nebensächlich, es sind noch nicht sonderlich viele. Und jetzt ist natürlich die Frage, da ich von Feed the Beast ja gelesen habe, dass das Ultimate Pack mit dem wir spielen nicht mehr geupdatet wird, würde das sehr wahrscheinlich heißen, dass wir die ganze Zeit auf der 147 weiterspielen würden. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, beziehungsweise die ich an euch richten will, ist, ob wir auf der 147 mit dem Ultimate Pack bleiben wollen oder ob ich auf ein neueres Pack, was dann auch selbst nicht geupdatet wird, umsteigen sollte. Zur Auswahl stehen dann das Unleashed und das Uninched Pack, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ich werde die beiden Links einfach mal unten in die Beschreibung packen, wo praktisch schon ein paar Informationen darüber sind. Und da würde ich euch mal bitten, in die Kommentare zu schreiben, ob ihr praktisch mit dem Projekt überhaupt weitermachen würdet, ob ihr mit der 1.4.7 Version und auf dem Ultimate Pack weiterspielen würdet oder ob ihr eins von den neueren Packs benutzen würdet und dann natürlich welches. Der Nachteil ist, ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, die alte Map, beziehungsweise wir bräuchten ja eigentlich nur die Base, die paar Chunks, wo eben die Base drauf ist, auf eine neue Map praktisch zu bekommen, also mit einem der neuen Packs, denn da gibt es sehr viele ID-Überschreibungen, da da ja ganz andere Mods drauf sind und sowas. Und dementsprechend würde das nicht einfach werden, beziehungsweise ich habe bis jetzt eigentlich keine Möglichkeit gefunden, da irgendwas drüber zu bauen, das heißt, neues Projekt würde dann auch wieder mit Start bei Null anfangen und ich weiß nicht wirklich, ob ich das will und ich weiß auch nicht genau, ob ihr das wollt. Und deswegen würde ich euch bitten, das Ganze mal bei mir in die Kommentare unten zu schreiben, damit wir da eigentlich dann bald mal ein bisschen weiter kommen, beziehungsweise uns entscheiden können, was genau wir benutzen wollen. Gut, ich denke, das Video soll nicht sonderlich lang werden, deswegen mache ich das ganz kurz, beende das, wie gesagt, bitte unten in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.